In der letzten Folge haben wir erfolgreich Hualotal hier eingenommen und jetzt steht quasi der Rest noch von Izaan hier drüben. Drei Provinzen hat er aktuell noch, beziehungsweise drei Städte und wir haben hier eine Einheit, die nach Norden läuft, damit wir hier, wenn wir auf die fünf Schädel kommen, hier oben jemanden haben, der verteidigen kann. Wir haben leider hier oben Xlan Huapag noch verloren gegen die Rebelleneinheit, wir werden uns die aber wiederholen. Vielleicht kommt auch hier Skarven, vielleicht kommt die hier runter und kümmern sich um die, kann durchaus auch sein. Oder Pokkenmarsch, beziehungsweise die Vampire, die marschieren hier runter. Wir werden mal das im Auge behalten, ist aber für uns jetzt nicht so relevant momentan. Gut, ich glaube in dieser Runde ist alles erstmal getan, was getan werden musste. Sollen wir noch irgendwas bauen? Ich glaube, wir können hier nichts mehr bauen, oder? Wir haben noch zwei Slots frei, allerdings keine Kohle mehr, 294. Deswegen gehen wir in die nächste Runde, im Moment noch ganz kurz in die Diplomatie. Ich gebe es ja noch nicht auf, dass wir vielleicht doch nette Leute haben. Hier ist der Orden der Lehrmeister, die Hochelfen, die eine schlechte, eine neutrale Meinung von uns haben. Vielleicht Handelsabkommen. Oh, sehr schön. Wir haben zwei Handelsabkommen für unsere Verhältnisse richtig, richtig gut. So, jetzt geht es aber in die nächste Runde. Mal schauen, ob er uns wieder mit seiner Heldeneinheit nervt. Ipsa, oder ob er irgendwas anderes macht, er will wieder ein Friedensangebot machen. Dieses Mal bietet er uns gar keine Kohle an, was wirklich schon einem Affront gereicht. Verstehe ich nicht, wie man sowas machen kann. Ich bin jetzt davon ausgegangen, mindestens 10.000 Gold zu bekommen. Irgendwie so. Gut, äh, ich mach mal ein bisschen schneller hier. Damit wir heute auch noch zum Spielen kommen. Wir müssen dann mal hier drüben die Ordnung im Auge behalten. Oh mein Gott. Ein vermummter Fremder aus dem finsteren Albion bringt eine Bitte vor. Er wirkt gefährlich, doch er versichert euch, dass er friedliche Absichten hegt. Schatzkammer 3000 erhalten. Und dafür etwas Chaos-Korruption. 4 Punkte für 5 Runden. Ich würde das jetzt einfach ehrlich gesagt mal machen. So schlimm ist das doch nicht, oder? So schlimm ist es nicht für 5 Runden. Außerdem, ne, wir brauchen einfach Geld für Rekrutierung, für Bauen und so weiter. Und die Technologie Büchsenlauf ist auch erforscht für mehr Geschossschaden. Schauen wir mal hier rüber. Wir haben jetzt hier drüber ein Plus 2 an Ordnung. Also das ist ganz okay. Das ist ganz gut. Gut, das sollte erstmal alleine stehen bleiben. Ansonsten 4400 an Kohle. Und entweder wir bauen jetzt hier, oder wir können eigentlich bauen. Weil wir schon genügend rekrutiert haben. Also jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier? Bau nicht möglich. Hier oben. Das ist zu teuer. 4800 kostet das hier. Und das hier kostet auch 4800. Die beiden müssen wir auf alle Fälle bauen. Aktuell leider etwas zu teuer. Hier drüben ist die Schmiede schon gebaut. Wir haben hier noch ein Plätzchen für die öffentliche Ordnung. Also solange wir... Ich würde die beiden Plätze gerne reservieren hier für die Stelle und für die Büchsenmacherei. Das heißt, wir eine Runde warten bringt jetzt auch... Ja, wobei, dann könnten wir ein Gebäude schon mal bauen. Wir warten mal eine Runde. Haben dann 4900. Können ein Gebäude bauen. Das soll erstmal reichen. Die Goldmine hier... Wird wann gebaut? In vier Runden. Okay. In vier Runden. Kommandant, nicht bewegt. Ja, hier. Wir werden jetzt die... Beiden mal zusammenführen. Ich hoffe, das geht, während wir noch rekrutieren. Ansonsten müssen wir die nochmal setzen. Pistolier und Helbadir vier Stück. Weil Wulfhardt soll ja gute Einheiten bekommen. Komm, wir warten hier die Runde jetzt noch ab. Wir warten die Runde noch ab und dann tauschen wir aus. Ähm... Okay. Und ansonsten... Eine neue Forschung. Infanterie ist schon komplett durch. Salvenfeuer. Reduktion der Nachladezeit. 15% oder montierte Waffen. Geschossresistenz für Pistoläre und Schützenreiter. Und Geschossschaden für Pistoläre und Schützenreiter. Würde lieber das hier nehmen. Reduktion der Nachladezeit. Oder wir nehmen wieder ein bisschen was mit Wirtschaft. Dass wir hier mal etwas vorwärts kommen. Fünf Runden. Wir brauchen auch wieder ein bisschen Geld. Man sieht es ja hier. 522 nur noch. Wenn wir die Truppen jetzt dann alle rekrutiert haben, dann sind wir eh schon wieder am Limit angekommen. Nächste Runde. Also wir können ein... Eine Stadt hier drüben... Können wir... Durchaus noch... Äh... Einnehmen. Er probiert es wieder, ne? Unsere Helden hier niederzumachen. Ständig. Der Lump. Na gut. Eine können wir niedermachen. Dann sind wir bei 4 Schädeln. Man sagt, ihr genießt den Sieg. Okay, kennen wir schon. Kriegseifer oder Rekrutenüberschuss. Rekrutierungskosten 25% weniger für 5 Runden. Ah, wir sind schon im Minus jetzt. Mist, ich habe ein bisschen zu viel rekrutiert. Wir nehmen mal den Kriegseifer. Scheitert. Verstärkung. Behindern. Fehlschlag. Intrige des Untergangs ausgeführt. Glanz-Gybre. Aha. Ein mächtiges Erdbeben haben die erzeugt in einer feindlichen Siedlung. Gut. Dann können wir uns jetzt hier um den Austausch von euch kümmern. Wir wollen uns hier oben bei Wulfhard die besten Einheiten sichern, die es aktuell gibt. Mal gucken. Ich würde mir die Lafayette holen. Die Granatwerfer kommen auch rüber. Pistolieri. Er bräuchte halt auch ein Pistolieri vielleicht, ja. Er bräuchte auch sowas, so eine Einheit. Wir haben hier Einheiten, nein, Rang 9 bei dem Bogenschützen. Jäger, 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 Jäger. Ambrust schützen, Ambrust schützen. Wir nehmen mal dich runter und dich runter und dafür die Jäger hoch. Wird auch die Freischärter, die Stilllands Rache nach unten bringen. Dann den Bi-Hand-Kämpfer. Die Helper-Diere kommen hoch. Wir müssen hier oben nochmal welche runter bringen. Und zwar Helper-Diere hier. Schwer-Träger, alles andere ist eher so, naja. Okay, jetzt schauen wir uns nochmal die Konstellation hier an. Wir haben Helper-Diere, Schwertkämpfer, Schwertkämpfer, Speerträger. Wir haben viel zu viel. Nicht gerade. Achso, das ist jetzt der Rest. Das sind die. Hier sind die guten. Wir haben 1, 2, 3 Helper-Diere. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nahkämpfer. 7, 8. Da sind nochmal welche. Kann ich euch verschieben? Das geht leider nicht. Also hier auch nochmal 2 Helper-Diere. Dann 1, 2, 3, 4 Fernkämpfer. Den Granatwerfer. Die Großkanone würde ich sogar abgeben, ehrlich gesagt. Na gut, wir lassen die mal drinnen. Wir sind jetzt im Minus. Und müssen wieder etwas warten, bis wir im Überschuss sind. Solange wir im Minus sind, werde ich hier nichts bauen. War ja der Plan, dass wir jetzt hier... Das hier bauen. Äh, Quatsch. Doch, das hier bauen. Moment. Doch, das hier, die Pferdestation oder die Büchse-Macherei. Ähm, wir werden da nochmal warten, weil dann die ganze Kohle weg ist und wir dann ins Minus kommen. Und wir müssen erst noch abwarten, bis so die Goldmine und so weiter gebaut worden ist, damit wir wieder etwas Geld verdienen. Und erst dann geht es hier rüber. Er ist erstaunlich schnell jetzt hier hochgelaufen. Fantastisch. Das heißt, wir können ohne Probleme jetzt uns schon aufmachen Richtung Axloth mit unserer Hauptarmee. Hier rüber. Gerne auch in Maßstellung. So, und das gleiche bei ihm hier. Und er wird dann zum Mund des Quirza geschickt. Gut. Gut. Das war's. Für diese Runde. Wir hatten so viel Geld, ne. Jetzt ist die ganze Kohle wieder weg. Vielleicht erbarmt sich der Imperator nochmal. Und schickt uns nochmal etwas Geld. So, 4.000, 5.000 Gold. Könnten wir gut und gerne gebrauchen. Hier oben war irgendwas los. So, Clan Spittel. Wieder ein mächtiges Erdbeben. Lachslan ist vernichtet worden. Waren das nicht die hier oben? Moment, nee, das waren die hier. Wo waren denn Lachslan? Keine Ahnung. Die waren so unwichtig, dass ich gar nicht weiß, wo die zuerst waren. Egal. So, du. Setz dich mal hier rein. Deinen 20 Einheiten. Und hier unten. Du marschierst hier rüber. Wir können ja mal kurz hier, Moment. Kurz vielleicht hier warten. Je nachdem, wie stark diese Einheit hier drinnen ist. Aber in der Regel kann er uns nichts mehr entgegensetzen. Er hat ja nichts mehr. Er hat immer noch die Hälfte. Was ist denn da los? Leute, Leute, Leute. Die Belagerung fortsetzen. Wir können jetzt mit ihm auch noch zu Hilfe kommen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, wie wenn ich jetzt meine Truppen aufteile. Dass wir uns zuerst Axel Lottl holen. Zu zweit. In der nächsten Runde. Und dann. Und dann die restlichen Einheiten. Äh, dann die restlichen Städte. Weil ich verliere einfach nur wieder ganz viele Einheiten, wenn ich hier angreife. Das ist... Was hat er denn hier an Garnison, dass er so stark ist? Ja, doch. Sieben. Dreizehn. Einheiten, die er hier hat. Und er bekommt ja auch immer noch den Bonus jetzt hier oben. Der Waffenstärke. Der Führung. Na gut. Würde mich mal schon interessieren, ob dieser Bonus hier oben dann auch bei so automatischen Belagerungen mit einfließt. Oder wirklich nur beim direkten Kampf auf der Kampfkarte. Oh, wer kommt hier angelaufen? Da will auch mal jemand hier rüber. Ist das richtig? Clan Spittel, der hier unten ist. Zum Dienst bereit. Jurek Grimm ist wieder da. Der Jurek. Wir sind wieder leicht im Plus momentan. Der Jurek. Wo ist der denn rausgekommen, der Jurek? Im letzten Eck hier unten, natürlich. Also, wir bringen dich mal hier rüber. Dann kannst du hier die 15er Armee noch verstärken. Die 15er Armee. Stell sie hier mal daneben. Ich würde mal sagen, wir warten den Belagerungsturm noch ab. Auf der anderen Seite. Nee, wir machen das gleich. Keine Zeit zu verlieren. Automatisches Gefecht. Ein entscheidender Sieg. Wir haben relativ wenig Einheiten verloren. Wir sind... Aber wir könnten natürlich schon jetzt ausrauben, ne? Wir machen das. Wir rauben aus. Und wir erhalten eine Eigenschaft der Gerhard. Führerschaft plus drei beim Kampf gegen Exenmenschen. Kannst du jetzt nochmal hier reinlaufen. Und dann nehmen wir das ein. Ich nehme die Kohle einfach mit. Auch wenn das jetzt hier die öffentliche Ordnung so drückt. Ist mir egal. Aber das war schon echt mächtig viel Geld, das hier rumliegt. Gut. Dann Speerträger. Ja, wir gehen wieder in den Nahkampf natürlich. Besetzen. So, wir haben immer noch plus zehn. Feindseligkeit ist gestiegen. Wir haben vier von fünf toten Schädeln. Und können mit ihm jetzt gleich zum Mund des Kurvica rüberlaufen. Aber erst, nachdem wir ein Upgrade bei Kalara machen. Habe ich den da beim letzten Mal genommen? War das der endlose Köcher? Ich glaube, das war Schatz des Luig. Und hier können wir auch nochmal upgraden. Habe ich ganz übersehen. Kommen dann nochmal die Plattenrüstung. Gut. Also, er bleibt jetzt erstmal hier stehen. Mit unserer Hauptarmee geht es dann Richtung Sternenturm. Würde sogar die zweite jetzt mitnehmen. Sicher, ist sicher. Was hat er denn an? Ah, da hat er nämlich schon wieder. Guckt euch das an. Da wartet ja schon wieder einer auf uns. Und wir einfach aus dem Nichts wieder mal schön die Einheiten rekrutiert. Nervig, oder? Wir hauen ihm alles weg und trotzdem. Na gut, wir müssen mit beiden Einheiten hier rüberlaufen. Am besten gut verstärkt dann auch. So, also, wir gehen mal hier rein. Und da bin ich mal gespannt, ob oben im Norden bei uns wieder eine Einheit erscheint. 3800. Würde ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht nehmen. Wir erhalten einen Talisman. Der weiße Mantel des Ulrich. Fähigkeit, eine passive Fähigkeit. Minus neun Nahkampfangriff. Minus sechs Prozent Geschwindigkeit. Und er hat eine zusätzliche Eigenschaft erhalten. Mehrere Siegungen ausgeraubt. Ein bisschen mehr Geld gibt es auch noch dazu. Markus Wolfhardt. Jetzt können wir nicht mehr rein. Jetzt geht es nicht mehr rein. So, was machen wir denn mit dir? Nahkampfabwehr. Doppelschuss Munition. Unterhalter reduziert für Jäger und Bogenschützen. Nahkampfangriff, Geschossschaden. Für Jäger und Bogenschützen. Wir nehmen das mal. Bin jetzt gar nicht sicher, ob wir hier... Doch, wir haben Jäger hier drin. Fantastisch. Also, das bringt schon mal was. In der nächsten Runde wird hier oben angegriffen. Wir sind immer noch bei vier von fünf Schädeln, weil wir hier nicht eingenommen haben. Wir haben ganz viel Kohle. Das heißt, die Kohle wird hier in Ixa investiert. Und zwar einmal hier die Pferdestation. Und einmal hier die Büchsenmacherei. Dann sind wir noch bei 7000. Die 7000. Was machen wir mit den 7000? Oh, das ist auch nicht schlecht, oder? Hier. Einkommen aus allen Gebäuden 8% mehr. Alle Regionen in dieser Provinz. Dadurch, dass wir hier vier Regionen haben. Das würde uns 1500 kosten. Müssen wir noch was anderes bauen. Das hier wird nicht gebaut. Das hier ist hier drüben gebaut. Das hier wird auch nicht gebaut. Die Imperiale Akademie werde ich wahrscheinlich auch nicht bauen. Wir könnten hier noch ordentlich verstärken. Kostet aber sehr viel. Das Maragd-Teich. Wahrzeichen von Ixa. 6000. Also ich würde sagen, wir bauen hier mal die befestigten Straßen. Plus anschließend die Zolltore. So, wir haben noch 6000. Sollen wir noch was bauen hier oben vielleicht? Aber da weiß ich nicht, wenn jetzt zwei, drei Einheiten hier herauskommen, dann beim toten Kopfschädel Nr. 5, dann ist das wieder umsonst gebaut, wenn wir diese Stadt verlieren. Da können wir noch ein bisschen investieren. Hier drüben würde ich jetzt gar nicht mehr investieren. Wenn wir rekrutieren, werden wir hier unten rekrutieren in Ixa. Schön zentral auf der Insel. So, hier drüben sind wir immer noch bei Plus 1. Wir könnten das Ordnungsgebäude weiter aufrüsten. Machen wir erst, sobald wir hier ordentlich ins Minus kommen. Wetzlar. Wir könnten hier die Hauptgebäude bauen. In Quetzlar könnten wir das Weberhaus freischalten. Ich glaube, ich mache das mal. Wir bauen hier das Dorf. Kostet uns 1600. Und das soll reichen. Ich will ein bisschen was aufbewahren für den Fall der Fälle. Oh, wir haben ein beschädigtes Gebäude. Ah, hier drinnen. Das sollte natürlich repariert werden. Dann geht die Kohle eh gleich wieder weg. Und ansonsten Försterhütte noch. Für ein bisschen mehr Einkommen. Und wir müssen auch hier ein Ordnungsgebäude bauen. Da ist schon ein Ordnungsgebäude tatsächlich. Mist. Entweder das hier. Das Weberhaus. 250. Oder die Försterhütte. Dadurch würden wir halt auch Rundhölzer bekommen. Brauchen wir Rundhölzer nicht für einen Jäger. Bauholz. Und Eisen. Okay, also dann bauen wir hier in... War das hier in Axelot? Bauen wir die Försterhütte. Wir sind bei 1700 jetzt. Runde beenden. Alter, der immer mit seinen blöden Helden-Einheiten. So furchtbar. Jetzt geht er hier rüber zu der anderen Helden-Einheit. Hör auf, geh weg. Gescheitert. Na, Gott sei Dank. Er wollte uns behindern. In der nächsten Runde werden wir das hier einnehmen. Dann müsste er auch wieder einigermaßen gut verstärkt sein. Oh, oh. Da kommt jemand. Luther Harkon. So, fehlgeschlagene Helden-Aktivitäten. Nochmal fataler Fehlenschlag sogar. Hat er eine Einheit verloren jetzt? Hat er da jetzt eine verloren? Er wurde verwundet. Er hier. Das muss ja quasi... Der muss ja hier dann gewesen sein. Der ist jetzt weg. Wunderbar. So, hier wird Eingrung. Passt. Entscheidender Sieg. Es wird besetzt. Eine weitere Eigenschaft. Oh, wow. Mittlerweile hier schon fast voll. Führerschaft plus drei und Führerschafts-Aura-Größe 20% erhöht. Und ein legendäres Regiment ist frei geworden. Imperiale Versorgung ist bereit. Guckt euch mal an, wie viel wir jetzt hier an Kohle wieder haben. Von minus 200 hoch auf 1200. Kriegsmaschinen, Helber, Dier, Jäger, Bi-Hunt, Reichsgarde, Demi-Greifen, Großkanone, Schützenreiter, Granatwerfer, Höllensturm, Raketen, Lafayette. Oh, Mann. Die Qual der Wahl, wie immer. Die Qual der Wahl. Entweder Infanterie. Wir haben noch fünf Plätze frei, ne? Wir würden hier sechs Einheiten, sieben Einheiten bekommen. Wir würden hier zwei, drei, vier Einheiten bekommen. Allerdings halt auch wieder die Granatwerfer, die guten. Aber halt auch wieder die blöde Großkanone. Wir nehmen die hier. So, ein weiterer Anhänger. Provinz gesichert. Und die Kinder der Alten. Kommen jetzt hier oben welche raus? Eine Einheit. Zusätzliche Verstärkung, imperiale Versorgung. Ah, ja, ja. So viele Meldungen. Anhänger erhalten. Anhänger erhalten. Ja, ja. Ist schon gut. So, also es ist wieder eine Einheit momentan. Wir können mal abwarten, was er macht. Und entweder nach fünf Runden sind wir wieder auf null und können ihn dann beruhigt angreifen. Oder er muss sich hier reinstürzen. Wenn er hier hochläuft, müssen wir ihm nachlaufen und sobald er hier oben belagert, werden wir dann mit unserer Truppe quasi hier reinkommen und der Stadt helfen. Denk mal, er wird sich erstmal noch sammeln, oder? Was hat er denn? Er hat 19 von 20 Einheiten. Aber relativ einfache Einheiten. Also keine mit hohem Rang. Alle Standardrang. Gut. Gut, können wir alle beide nochmal hier aufrüsten. Machen wir alles in der nächsten Folge. Unter anderem müssen wir etwas verschnaufen, damit sich unsere Truppen wieder erholen. Wir müssen hier noch die Einheiten rekrutieren. Wir haben ja jetzt wieder etwas Geld. Und dann mit beiden mit dem vollen Stack 2 mal 20 Einheiten werden wir Richtung Sternturm rüber segeln. Marschieren vielleicht hier drüber und werden uns um die hier kümmern. Und dann sollte Itzar endlich Geschichte sein. Wenn nicht vorher vielleicht ein Loser kommt, aber der hat so wenig Einheiten hier, der kann hier den Sternturm nicht einnehmen. Takam iot Bis Expedition Dann Ribelle Bis 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 bis